Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefman Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg hier geblieben und für diesen müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Schreckenskapitänin Lubeke sich nicht aus dem Kampf zurückzieht, während sie ausweichend ist. Und bevor wir sie dann in der Belagerung von Boralus auf den Fähigkeitsgrad mythisch bezwingen. Was heißt das? Sie hat einen Buff drauf, wo sie quasi ausweichend ist und wenn sie nicht die ganze Zeit geslowed ist, haut sie uns ab. Deswegen charge ich sie auch am Anfang, dann kriegt sie quasi einen Slow drauf, beziehungsweise einen Root und zusätzlich haben wir hier noch einen Worry, der sie die ganze Zeit mit Kniesähne versieht, dass sie dementsprechend mit ihrem ausweichend Buff nicht abhauen kann. Soweit zum einfachen Teil. Der schwierige Teil ist, dass sie auch nach ein paar Sekunden hier aufs Boot geht und dort dann auch den Shit macht, wenn sie nicht sofort rausgehaut wird. Wir ziehen hier auch HT und prügeln allen Damage, den wir haben, auf diesen Kanonier rauf und sammeln sofort die Kanone auf und schießen die Kanone aufs Boot, dass sie wieder rankommt. Das muss wirklich innerhalb von 5-6 Sekunden passieren. Sonst hat man das Problem, dass sie auf dem Schiff ihr Ausweichenshitzeug macht und dementsprechend ist sie schon verkackt, dass man gar nichts gegen machen kann, weil man sie auf dem Schiff quasi nicht targeten kann. Deswegen haben wir es auch so gespielt, dass wir unseren Heiler auf der Idee speckeln lassen haben. Wir haben HT bei dem Kanonier genutzt, haben einen Makro benutzt, um direkt, wenn man die Kanone aufgesammelt hat, direkt die Kanone zu drücken, weil hier geht es wirklich um Sekunden. Also wir haben wirklich alles, was wir haben, auf diesen Kanonier draufgeprügelt und das müsst ihr auch. Es scheint so, ob es buggy ist und dass es nicht so gewollt ist, aber anders funktioniert es im Moment nicht. Vielleicht ist es, bis ihr es macht, schon gefixt oder bis ihr das Ganze angeht, habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Damage. Auf jeden Fall ist der Knackpunkt hier bei dem Kanonier, dass ihr ihn wirklich so schnell killt und sie vom Schiff runterholt, bevor sie auf dem Schiff quasi ihren Ausweichschritt macht und ihr quasi da auch nichts gegen tun könnt. Also dahingehend liegt so ein bisschen die Schwierigkeit, mehr ist es im Endeffekt auch nicht. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Tel A. Bis zum nächsten Mal. Ciao.